Hier geht's schon rein und weiter geht's. Und nichts. Ich muss auf die Toilette. Ja schon, ja. Nein, ich behalte euch Leute, wir machen weiter. Er geht raus aufs Klo. So, Strike! Strike! Die Mädchen zu Toiletten kostet was. Strike nicht geschafft. Meine Mädchen zu Toiletten kostet was. Bruder, nein. Weiter, wenn wir gehen. Wir müssen nicht bald gehen, 20 Minuten haben wir noch. Wenn wir gehen, wir müssen nicht montieren. Ich habe nicht mehr in den Kaffee gewonnen. Ich habe keinen Kaffee gewonnen. Wir haben nicht mehr in den Kaffee geblieben. Wir haben nicht mehr in den Kaffee gewonnen. Bruder, Das ist nicht möglich. Ui, geil. Alter, Fliebiger. Ein Strike. Ich war zu langsam wie möglich, oder? Ja, genau. Und bleib die Kugel in der Bahn stecken. Nee, geht schon mal. Jetzt. So langsam wie möglich. Wie das klingt. Wie das auch klingt. Yo, was? Bruder, mach es noch so langsam, es geht. Oh, Digga. Wow, Digga. Er liegt am Boden, man kennt's. Liegt selber so am Trecken. Wow. Warten die Bleibels stecken. Was wär's? 3,000 Jahre später. 3,000 Jahre später. Mann, mach es echt langsam wie es geht. Bruder, okay, Digga. Und jetzt so schnell wie es geht. Bruder, okay, okay. Sechs Stück ist runter. Den habe ich auch vorhin geschafft. Den habe ich auch vorhin geschafft. Ich glaube, das müssen wir mehr zahlen, das will ich nicht. Wie schwer das denn? 14, 42. Gut, wenn du heute doch einen Strike schaust. Ich will auch noch mal. Ich gucke mal. Schaut auf mein Handy. Was ist denn hier los? Aua! Öl, Öl, Öl! Mit dem nichts. Wollen wir mal hinschauen. Wow! Oder wenn du das jetzt schaffst. So rückwärts. Geht schon. Jetzt. Marvin. Geht schon. Oh nein, ich bin dran. Oh nein, ich bin dran. Oh nein, ich bin dran. Plopp. Geil, das Geräusch. Oh nein. Wow, geil, Alter. Aua. Stehen wir müssen, du musst ja noch. Zuhause, Alter. Ja. Ja, okay. Die haben sich verfangen. Was? Die haben sich verfangen, man kennt's. Die haben sich verfangen. Geht schon mal, Marvin. Das ist nass jetzt, gell? Oder? Die nass ist wirklich besser. Wenn du nass bist. Nein, wenn du nass bist. Nein, wenn du nass bist. Also was anderes, ja, aber. Ich ruhe, ich hoffe, die rutschen, dann bin ich schneller und nicht immer schneller. Ja, genau. So menschliches Bowling war lustig. Marvin. Marvin. So menschliches Bowling, du kennst ja das ja Wasser bauen, die man so, wenn man sich auf dem Bauch haut, dass man weiter rutscht, gell? Ja. Ich stelle dir vor, dass man nur ein Mensch mit Bowling, dass man so durchrutschen kann. Und dann stellt sich das von allein wieder auf. Du grabst eh schon mal, hey? Mit einem riesen Ball? Nein, wo die Menschen durch die Kegelbahn rutschen. Ja, wo die Menschen dann stehen als Kegel. Und man mit einem riesen Ball... Nein, so meine ich das nicht. Dass man die Kugel ist als Mensch und das ist das Mensch, dass man das auch durchrutschen muss. Das ist ja nicht wasserbahnmäßig. Ja, das weiß ich jetzt auch schon. Nein. Ja, ich bin ehrlich, ich kann ja sowas selber nicht mehr so ganz. Boah, geht schon weg, äh. Na mach noch, mach noch noch ein bisschen. Ja, okay, komm, hör mal auf oder geh mal zahlen, oder, Marvin? Hab schon gezahlt. Nein, hast du schon? Nein, haben wir nicht. Ah ja, stimmt. Tja, wir haben schon gezahlt. Nein. Ja, okay. Mach nochmal voll dir Feuer. Es ist einfach so 300 Punkte, digger. Man kennt's. Lass mich nicht vergessen, wir müssen ein Foto machen, Marvin. Da merkt man, dass die Kegelbahn immer mehr so gerade ist, gell? Oder die Backenkugel. Marvin, lass mich nicht vergessen, wir müssen ein Foto machen. Möchtest du übrigens verlinkt? Ja. Oder ich mach einfach nur ein Foto, Leute, könntest dann schauen. Boah, ich hab irgendwas im Hals. Ich hab irgendwas im Hals, Digga. Menschen, Bruder. Wir müssen jetzt gleich aufhören, 50 haben wir gesagt, wir haben auf. Drei Minuten haben wir noch, Marvin. Jetzt müssen wir aufhören. Ah, da sind so Sensoren. Merke, oh mein Gott. Deswegen hat's gepiepst. Warte, gib mir noch mal deinen Fuß hin. Wer gibt's dann? Ja, das ist schon ganz weg gepiepst. Ähm, piep, piep. Äh, piep, piep. Nein, du musst nicht aufhören. Boah, jetzt hab ich... Bei der Frau von der Mutter, was die Bolberg gehört hat, war das anders. Hm? Bei der Frau von der Mutter, was die Bolberg gehört hat, war das anders. Wie bist du nach vorne? Grabe, wo ich klein war, dann hab ich die Kegel. Ein Millimeter, oder? Hat nichts gemacht. Das war geil, ich muss das nochmal machen. Bruder, okay Marvin, einen Schuss noch, dann müssen wir gehen. Der letzte aller entscheidende Schuss, warte kurz. Der letzte. Der letzte entscheidende Schuss. Du bist ein Ball in mir, ja schon mal ist, Alter. Du bist ein Ball in mir. Komm Marvin, geht schon. Der letzte Schuss. Eins, zwei, drei. So, das war's Leute, auf Wiedersehen. Tschüss Leute.